Cyberport präsentiert die Libratone TrackAir Plus True Wireless Kopfhörer. Vor allem beim Reisen möchte man seine Umgebungsgeräusche am liebsten einfach stumm schalten. Mit Noise Cancelling Kopfhörern ist das ganz einfach möglich. Wir haben uns für dieses Shortcut die komplett kabellosen In-Ears TrackAir Plus von Libratone geschnappt, die ebenfalls Noise Cancelling unterstützen. Die TrackAir Plus passen sich automatisch der Umgebung an und unterdrücken gleichmäßige Geräusche wie Flugzeugturbinen bis zu 30 Dezibel. Das Active Noise Cancelling lässt sich auch manuell in Stufen einstellen. Dank der Doppelmikrofon-Geräuschunterdrückung lassen sich die Gesprächspartner währenddessen trotzdem klar verstehen. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit ihrem Bluetooth-Gerät, wenn es sich in der Nähe befindet. Die In-Ears erkennen automatisch, ob sie getragen werden und pausieren, wenn sie aus dem Ohr genommen werden. Eingehende Anrufe können ganz einfach über die Kopfhörer angenommen und geführt werden. Auch Staub und Spritzwasser halten die TrackAir Plus dank eines IPX4-Zertifikates stand. Somit ist selbst Schwitzen beim Sport kein Problem. Unter Wasser sollten Sie die In-Ear-Kopfhörer trotzdem nicht tauchen. Mit 5,6 Gramm pro Ohrhörer sind sie extrem leicht und angenehm zu tragen. Aufgeladen werden die komplett kabellosen In-Ears im Ladecase, wobei eine Ladung für bis zu 6 Stunden Musik reicht. Im Case können Sie noch 3 Mal aufgeladen werden, womit Sie unterwegs auf eine Betriebsdauer von insgesamt 24 Stunden kommen, bevor die Ladehülle selbst wieder aufgeladen werden muss. Perfekt für unterwegs und fürs Training. Die Libratone TrackAir Plus Die Libratone TrackAir Plus